Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich hab's gewusst. Dann wird man auch mal seekrank, da ist keiner gegen gewappnet. Nur noch den schönsten Job der Welt. Bremerhaven. Wachwechsel auf dem Lotsen-Stationsschiff Weser II. Ralf Weiß übernimmt heute die Brücke für die nächsten 14 Tage. Übergabe von Kapitän zu Kapitän. Jedes Detail ist wichtig. Nehmen wir Sie, Herr Weiß. Danke. Krankentrager, da war ein Fuß gebrochen. Der ist neu gekommen, wieder angebaut. Somit ist die Krankentrager wieder erledigt. Wie sieht das mit Bunker aus? Wie viel kriegen wir da? Der Bunker ist heute ein bisschen mehr. Das Problem ist, dass wir die ersten Bögen kriegen, die über Windstärke sechs bis sieben und schon in acht reingehen. Da ist es schwierig, bei auflandigem Wind mit dem Schiff von der Pier wegzukommen. Und da müssen wir uns eventuell noch von draußen Hilfe holen, damit wir nachher vom Liegeplatz wegkommen. Alles los! Eigentlich fahren die Steuerleute das Schiff. Doch wegen des heftigen Windes übernimmt der Kapitän das Ablegen heute selbst. Danke! Mit 4.800 PS schafft es Ralf Weiß ohne fremde Hilfe. Kurs Nordsee. Mit 4.800 PS schafft es Ralf Weiß ohne fremde Hilfe. Die Wörtervorhersage für die Deutsche Bucht bis heute Mitternacht. West bis Nordwest acht, teils vulkanartige Schauergrünen, vereinzelt Gewitter, See bis sechs Meter. Eine Sturmwarnung liegt vor für die deutsche Nordsee-Küste. West acht bis neun in Böen elf. Bis heute Nachmittag einzelne Gewitter. Losenversetzung, Ems, Jadeweser und Elbe Losen auf Innenparation. Zwei Stunden später. Die Weser erreicht ihre Position in der Deutschen Bucht. Hier wird sie die nächsten zwei Wochen liegen bleiben. Kleinere Beibote bringen dann die Lotsen zu den Containerriesen. Volker Stibane soll heute Nacht ein Schiff nach Bremerhaven lotsen. Aber bei solchem Wetter ist das schon ein bisschen schlimmer. Die Lotsen kennen die Schiffe nicht, die sie begleiten. Wir haben schon Kollegen gehabt, die sind mit der ganzen losen Treppe ins Wasser gefallen, weil sie nicht richtig festgemacht waren. So, dann geht das Boot da ja nun auch ein paar Meter hoch und runter an der Borde und mal. Man muss dann auch den richtigen Zeitpunkt zum Aussteigen, zum Loslassen muss man drinnen haben. Das ist das kleine Beiboot des großen Mutterschiffs Weser. Gleiche Farbe, gleiches Aussehen, nur eben im Miniaturformat. Das Beiboot bringt die Lotsen auf die Schiffe oder holt sie wieder ab. Volker Stibane ist seit 14 Jahren Weserlotse. Na gut, die haben ja nicht diese Revierkenntnisse und ich los das Schiff hier nach Bremerhaven. Also wir kennen den Fluss hier, das Revier und deswegen geleiten wir dich hoch. Ich arbeite bis 70. Wenn ich gesund bin, arbeite ich bis 70. Ich bin doch den schönsten Job der Welt. So, nun muss ich raus. Tschüss, schöne Reise. Alles klar, ne? Tschüss. Ein anstrengender Job. Deshalb ist mit 65 von Gesetz wegen eigentlich Schluss. Also ich muss natürlich darauf aufpassen, dass ich die Beschwindigkeit anpasse von dem Anlandschiff, wo wir ranfahren. Und natürlich darauf aufpassen, dass man da keinen Schaden fährt und zumindest auch den Noten auch nicht von der Leitung runterreißbar. Wegfahren mal, ne? Das ist natürlich non plus ultra, ne? Kann ich so übersteigen. Jeder, wie er's verdient. Bei diesem Schiff bleibt ihm die Lotsenleiter erspart. Volker Stibane lotst das Schiff nun an Sandbänken vorbei, durch gefährliche Fahrwasser, die die eigentlichen Kapitäne nicht kennen. Zu Hause in Bremerhaven wartet er dann auf den nächsten Einsatz. Gerrit Tretzke von Stollentin ist Kapitän auf dem Beiboot. Noch ist der Sturm kein Orkan, aber in den letzten Tagen setzte ihm der Wind bei der Versetzung heftig zu. Abbrechen, also kam öfter schon mal vor, dann haben wir nochmal andere Kurse fahren lassen oder andere Geschwindigkeiten gefahren. Aber letztendlich haben wir bis jetzt jede Lotsung, was wir machen sollen, auch erfüllen können. Wir machen hier zwölf Stunden pro Tag und unsere Gegencrew, die jetzt gleich an Bord kommt, die machen auch zwölf Stunden. Und ja, die anderen zwei Stunden verbringen wir dann auf das Stationsschiff, wie ein Urlauber, auf ein Passagierschiff. Schichtwechsel für Gerrit und sein Team. Die andere Crew wird in dieser Nacht so viele Schiffe wie möglich mit Lotsen besetzen, bevor der drohende Orkan alles stilllegt. Handys funktionieren hier auf dem Mutterschiff, das ist wichtig für die Familien an Land. Man hat ja immer Kontakt mit dem Telefon und das geht dem Vertraut eigentlich ganz gut drauf, dass ich einen guten Job mache. Und es ist bis jetzt auch immer uns gut gegangen. Oben auf der Brücke koordinieren Steuermann und Kapitän die Schiffe. Ja, das ist praktisch unsere Rede hier. Das sind die Schiffe, die jetzt zurzeit entweder Wilhelmshaven oder Bremerhaven oder weiter aufwärts Richtung Brake, Elstfleet, Bremen, keine Liegeplätze haben und die liegen dann hier verankert und warten so lange, bis wir die dann dementsprechend abrufen und dann mit Lotsen besetzen. Alles klar, also Fleisch rein. Chefkoch Bernd Mayer ist sowas wie die gute Seele an Bord der Weser. Also wir lassen nichts umkommen. Und die Leute wissen das auch zu schätzen, wenn man mal ein bisschen was extra macht, mal ein bisschen schöner oder tatsächlich mal einen Gang mehr oder wenn es satt. Dafür ist das wie eine Familie hier. Entschuldigung. Danke, Bernd, hat der Vorgang geschmeckt. Windstärke 9. Kapitän Ralf Weiß verlässt seine Brücke jetzt bei Sturm nicht mehr. Das ist unser Job und von daher, am Wetter kann man nicht drehen. Und ob das nun jetzt hier Sonnenschein ist oder halt etwas schlechteres Wetter oder so ein Wetter wie wir jetzt hier haben, und wir warten auf das, was kommt. In Hamburg hat der Sturm inzwischen Bäume entwurzelt. Die Familien zu Hause sind in Sorge. Sie sitzen natürlich auch zu Hause und hoffen, dass hier nichts passiert, dass wir alle nach 14 Tagen dann wieder sicher nach Hause kommen. Meine Jungs wollen ja auch noch was von ihrem Papa haben. Der Kleinste ist drei, die anderen beiden sind neun jetzt und mein Großer ist zwölf. Bei rauer See und hohen Wellen dauert die Lotsenversetzung auf dem Wasser doppelt so lange wie sonst. Deshalb kommt nun Unterstützung aus der Luft. Marien Siehl bei Wilhelmshaven. Windoperator Simon Kremser macht den Helikopter startklar. Mir gefällt sowas. Ich komme aus Bayern ursprünglich. Ich bin auch klettern gegangen und war bei der Bergwacht und das Hubschrauberfliegen war da schon immer für mich das Highlight. Ich habe da kein Problem damit. Also mir fällt die Höhe da auch nicht auf. Kann sein, dass da andere anders empfinden. Aber es ist jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches. Man gewöhnt sich auch dran an das Bild. Ich habe ja die Tür offen und kann ja komplett aus der Tür raussehen. Also ich sehe ja dann die komplette Seite der Maschine. Ich kann unter der Maschine durchgucken. Ich kann mich ja da frei bewegen. Ich muss mich nicht auf einen Punkt konzentrieren und habe dann mehr von der Szenerie im Blick als die zwei vorne. Da hinten muss man ja das Auge für den Piloten sein. Dem Hubschrauber sind die Windstärken egal. Die Piloten brauchen nur gute Sicht. Ich vertraue dem Piloten ja auch, dass er mich da in der Nacht in Sturm von sich her auf die Nordsee bringt und wieder zurückkommt. Genauso vertraut er mir, dass ich ihn da auch richtig einspreche an einem Schiff. Eine kurze Verschnaufpause, mehr ist heute für den Lotsen nicht drin. Der Helikopter fliegt ihn gleich zum nächsten Einsatz. Wenn sich das Schiff zu stark bewegt, wenn man da sechs Meter Welle hat und das Schiff kommt da entgegen, dann wird sich die Person oder der Lotser ja auch die Beine brechen oder wenn er den ablässt und er knackt gegen das Schiff. Deswegen muss man da genau den Moment abpassen, wo das ruhig ist, wo das alles sicher ist. Und ansonsten braucht man doch nicht anfangen. Am nächsten Morgen. Die Sturmwarnung gilt auch für Kapitän Stefan Mayer auf Borkum. Er legt mit seiner Fähre los. Sechs Mechaniker müssen zu dringenden Wartungsarbeiten auf die Windräder vor der Küste. Sie erzeugen Energie für 120.000 Haushalte an Land. Doch wenn der Sturm weiter zunimmt, wird das mit der Wartung heute nichts. Der Katamaran hat natürlich als Schiff den Vorteil, dass er eine relativ große Arbeitsfläche bietet, weil er ja natürlich im Endeffekt aus zwei Rümpfen besteht und da drüber ist Deck. Wir haben also sehr viel Oberdeck. Wir sind ja fast quadratisch. Ein Schiff ist ja sonst relativ schmal und lang und vorne spitz. Und wir sind im Endeffekt quadratisch und haben dadurch einfach mehr Platz, mehr Raum. Die Windforst 2 wurde extra als Fähre für den Windpark Borkum-Rivgat gebaut. Sie bringt Monteure und Techniker zu den Windrädern und holt sie wieder ab. Bei ruhiger See dauert der Turn 40 Minuten. Heute braucht das Schiff gegen die Wellen fast doppelt so lange. Und der Wind nimmt immer mehr zu. Wir drehen gleich an, das Schiff kommt mehr zur See, dann wird es ein wenig mehr rollen. Rollen ist eine elegante Umschreibung für heftiges Schau. Das passiert immer mal wieder, ne? Wenn die Welle viel zu hoch ist, dann wird man auch noch mal seekrank, da ist keiner dagegen gewappnet. Eine Wellenhöhe von fast zwei Metern. Unangenehm, aber nicht ungewöhnlich. Was heißt, wir haben die Zeit jetzt? Das ist ja die Zeit. Jetzt bin der, das ist normal. Früher, da hast du die Stürme dann. Das ist normal, ne? Ja, ich mein, wenn das dann zu gefährlich ist, dann arbeiten wir, machen wir das hier auch nicht. Wie gesagt, die Sicherheit geht vor. Da kannst du nicht da draußen großartig rumhampeln. Die Rotoren der Windräder müssen laufen, egal bei welchem Wetter. Sonst gibt's keinen Strom. Die Crew macht genau das. Nachdem sie die Monteure abgesetzt hat, wartet sie den ganzen Tag draußen auf See, bis die Techniker wieder abgeholt werden wollen. Wenn wir jetzt 24 Leute an Bord haben, voll besetzt sind, das sind sechs bis sieben Teams, dann kann das schon mal anderthalb Stunden dauern, bis wir alle Leute mit Gepäck auf verschiedene Mühlen ausgesetzt haben oder abgesetzt haben. Das Problem ist ja auch, es sind ja die sieben Mühlen liegen, vielleicht auch nicht alle nebeneinander in einer Reihe, sondern je nach Arbeitsauftrag und Reparaturstau beispielsweise oder Problem sind die natürlich für den ganzen Windfahrt verteilt. Und dann kann es natürlich schon manchmal dauern. Die Monteure müssen heute auf zwei Windräder. Ohne Wartung besteht die Gefahr, dass sie sich automatisch abstellen. Am ersten entscheidet Kapitän Meier, ob er die Techniker überhaupt absetzen kann. Sind die Wellen zu hoch, wird das heute nichts. Dann wird auch an der anderen Windmühle kein Monteur abgesetzt. Ich fühle das Schiff, wie das Schiff sich bewegt und ich gucke mir die Wellen an, von welcher Richtung sie kommen, wo der Wind herkommt, wie der Strom ist. Es gibt leider kein Messinstrument, dass man das genau anzeigt. Das ist also jetzt ein bisschen Gefühlssache und Feinfühligkeit. Und dann im richtigen Moment anzudrücken, damit das Schiff sicher und stationär bleibt. Zunächst muss er die Festmacherleine finden. Da hat sich jetzt auch gerade die Leine verabschiedet. Das ist aber schön Wetter erstmal wieder rausfischen. Die treibt auch unten jetzt rum die Leine. Das Problem ist, wir sind jetzt im Grenzbereich bei zwei Meter Seegang. Und ich denke, das ist zu gefährlich, weil der Wetterbericht sagt, dass es am Nachmittag auch noch mehr werden soll. Und der Wetterbericht stimmt jetzt schon nicht mit der Realität überein. Und insofern möchte ich es nicht verantworten, beziehungsweise halte ich es für zu gefährlich, da jetzt rum zu gehen. Kontrollcenter Windfuss 2. Ja, wir waren an der 27 dran, haben die Leine abgerissen. Ich halte den Überstieg für nicht sicher. Wir haben durchgehend zwei Meter, wir brechen dann den Einsatz ab. Ja, das ist verstanden. Ja, alles klar. Wartung wegen Sturms verschoben. Im schlimmsten Fall stellt sich ein Windrad einfach ab und erzeugt keinen Strom. Aber die Sicherheit der Techniker hat absoluten Vorrang. 25 Knoten schnell, knapp 20 Meter lang. Die Windfuss 2 hat vorn einen geschwungenen Bug. So kann der Kapitän das Schiff fest an die Windräder drücken. Ob jemand übersteigen kann, beurteilt die Windfuss-Crew. Aber die Monteure entscheiden am Ende selbst, ob sie den Überstieg wagen. Das war zu grenzfällig. Also das ist einfach nicht sicher. Man muss ja auch noch immer wieder runterkommen können. Feierabend hat hier trotz schlechtem Wetter keiner. Gearbeitet wird auch an Land. Wenn man wiederkommt von See und schlecht weiterer hatte, muss man den Dampfhelmer erst mal mit Frischwasser abspülen. Das zersetzt alles, oder? Das zersetzt alles, genau richtig. Die Monteure reparieren nun Teile von Windrädern in der Werkstatt im Hafen und hoffen, dass der nächste Einsatz morgen klappt. Unten in den Kufen des Katamarans ist es unerträglich laut. Heute lässt Chief Ingenieur Michael Gachels die Maschine im Hafen weiterlaufen. Er nutzt die Gelegenheit für die Wartung. Die Motoren haben natürlich Wartungspläne, die müssen auch strikt eingehalten werden. Wir wollen da draußen ja nur auch keine Überraschung erleben. Entsprechend, wenn man gerade an so einer Anlage dran ist, dann sollte das Ding schon tun, nichts weiterlaufen. Und da haben wir natürlich auch sehr großes Interesse dran, dass das so ist und entsprechend arbeiten wir auch daran, dass das so bleibt. Am nächsten Morgen ein neuer Versuch. Heimfahrt. Ach so. Die Zeit. Genau, aber erst unterschreiben, wenn ihr wieder rein wollt. Die Wellenhöhe ist bei Sturm entscheidend, nicht der Wind. Die signifikante Welle, das heißt die Durchschnittswelle, die Welle, die es gar nicht gibt, die wird unter einem Meter betragen. Und die maximale Welle wird vorhergesagt mit 1,80 Meter heute. Und soll später auf 1,40 Meter runtergehen. Hoffentlich stimmt diese Vorhersage. Denn die Wellen erschweren nicht nur den Überstieg. Auch heute ertragen die Passagiere das Schaukeln lieber an der frischen Luft. Sonne ist eigentlich für uns ist zwar nice to have, es ist schön, wenn die Sonne scheint. Dann kann man auch im Sommer mal sozusagen ein bisschen Sonne tanken. Aber für uns sind eigentlich viel wichtigere Faktoren, sind die Wellenhöhe. Und die sind natürlich abhängig vom Wind und auch von der Tide. Im Endeffekt kann es bei Regenwetter schön sein, da hat man nur 1,5 Meter Welle, dann ist es gemütlicher. Und bei Sonnenschein hat man plötzlich 3 Meter Welle. Das steht nicht im direkten Zusammenhang. Guten Morgen, noch 10 Minuten. 10 Minuten, wir fangen an mit der Romeo 9 und fahren dann zur Romeo 8 weiter. Erste Mühle, Romeo 9, danach Romeo 8. Für das Sicherheitsgeschirr ist jeder Techniker selbst verantwortlich. Heute sind es neun Monteure, die auf zwei Windräder versetzt werden sollen, um die verschobene Wartung nachzuholen. 20 Meter ist die Nordsee hier tief. Matrose Volker Möller achtet auf die Strömung, die das Schiff im letzten Moment wegtreiben könnte. Er sieht, ob es passt oder nicht. Sieht aber nicht gut aus, wa? Mit über 2000 PS gegen die Nordsee-Wellen. Mit über 2000 PS gegen die Nordsee-Wellen. Stefan, lass es! Geh weg, geh weg, geh weg! Das sieht nicht gut aus. Der zweite Versuch. Die gesamte Technik muss bei jedem Einsatz auf die Windräder gehievt werden. Natürlich wasserfest verpackt. Der dritte Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, wird auch der heutige Einsatz abgebrochen. Wie gesagt, Sicherheit wird hier sehr groß geschrieben, dass die eben vernünftig übersteigen können. Ich warte, ich gucke mir das hier auch an. Ich stehe ja da vorne, packe mich hier ein und sehe, wie das Schiff sich auch bewegt. Wenn ich dann sage, die können gehen, dann können die gehen. Vorher geht da keine. Über 40 Meter klettern die Techniker hoch. Dann haben sie die Plattform erreicht, auf der die Tür zum Windrad ist. Innen geht's dann per Fahrstuhl weiter, zum Kopf der Mühle mit ihrem Rotor in 90 Metern Höhe. Das Werkzeug kommt zuletzt. Ich hab's gewusst. Scheiße. Das war ja Knappel, wa? Jede, der auf ein Windrad klettert, muss vorher ein Training bei der Berufsgenossenschaft machen. Für den Überstieg vom Schiff braucht man noch einen Extra-Leergang. David Voss klettert heute das erste Mal auf See. Okay. Das Video hast du ja gesehen, ne? Okay. Mach auf, dein Karabiner. Da packe ich dich jetzt ein. Ja. So, okay. So, alles gut. Und? Und ab geht die Luzi. Viel Spaß da oben. Auch beim zweiten Windrad klappt's. Die Techniker können nun mit der dringenden Wartung anfangen. Die Windräder müssen rund um die Uhr laufen – bei jedem Wetter. So, das war's. Manchmal warten Kapitän Meier und seine Kollegen sechs Stunden, bis sie die Techniker wieder abholen können. In der Zeit dümpelt die Windforce 2 hin und her, ob auf hohen Wellen oder im Sturm. So, wenn wir jetzt einen Anker schmeißen würden und da passiert jetzt was auf der Mühle, auf der Windkraftanlage oder die brauchen einen Ersatzteil oder wollen schnell von einer Mühle auf die andere Mühle transportiert werden, dann würden wir viel zu viel Zeit verlieren, wenn wir erst einen Anker hiepen müssten, um dann wieder hinzufahren. Insofern bei schönem Wetter lassen wir uns treiben und bei schlechtem Wetter müssen wir dann eben ein bisschen durch die Gegend stampfen. Das Kochen übernimmt Matrose Möller. Riffelgebrock, na? Ja, gut. Doch, schmeckt, ne? Wie gesagt, wir haben ja doch den anderen Pott oben auch noch voll. Aber wir haben genug. Wie empfangen wir heute Abend? Die drei leben nur während der Dienstzeit auf Borkum. Wir wohnen hier zusammen in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Jeder hat sein eigenes privates Zimmer. Küche, Badezimmer, Essen, das teilen wir uns denn und kochen auch gemeinsam. Was sehr gut klappt. Wir haben also sehr viele Hobbyköche hier. Und das Essen, die Verpflegung ist eigentlich eher zu gut als zu schlecht. Was sich manchmal auch im Körpergewicht ein bisschen niederschlägt. 500 Meter Sicherheitsabstand muss die normale Schifffahrt zum Windpark Borkum-Riffkat halten. Nach vier Stunden ist das Warten für die Windforce-Crew heute vorbei. Per Funk bleiben die Mechaniker auf den Windrädern mit der Windforce 2 in Kontakt. Vor dem Abstieg werden Werkzeug und Material verladen. Alles klar, jetzt zweimal Kran. Ja, alles klar, willkommen. Hier ist es natürlich so, dass ein gewisses Risiko immer besteht beim Lagerungsumschlag, weil wir uns ja auch bewegen und eine schwere Last am Kran hängt. Aber den Umständen entsprechend ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, weil wir eben Stauwasser haben und die Welle auch in diesem Moment relativ gering ist. Kapitän Meier kann die Windforce 2 aus jeder Ecke steuern. So kann er das Schiff auf Sicht zentimetergenau buxieren. Die Seefahrt war schon seit Kindertagen ein Traum. Er heuerte vor 30 Jahren als Schiffsjunge an. Mit 16 angefangen auf dem Kümmo. Natürlich die Schule, andere Sachen immer mal wieder unterbrochen. Aber jetzt mit 45 sozusagen immer noch auf dem Schiff und inzwischen auf dem gemütlichen Stuhl. Und ja, bringt immer noch Spaß. Das Herunterklettern ist für die Techniker das gefährlichste. Dabei brauchen die Monteure die Hilfe des Matrosen Möller. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, rüber. Jo. Ja, das war gut. Ja. 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 Ja, ich war heute das erste Mal da oben. Ja, das war gut. Das ist auf jeden Fall, muss man Respekt haben vor der Geschichte, auch vor dem Überstieg. Und ja, für Leute, die das tagtäglich machen, wie die Techniker, ist das auf jeden Fall, denke ich, auch eine Herausforderung, das jeden Tag zu machen. Da auch immer beide oder alle Sinne beisammen zu haben und da auch immer aufzupassen, dass da nichts passiert, ja. Manchmal frischt der Wind im Laufe des Tages auf. Wenn es zu schlimm wird, können die Mechaniker nicht vom Windrad geholt werden. Da ist auf jeden Fall in jeder Anlage sind Notfallrationen, Notfallpakete auch, dass man da auch ein paar Tage übernachten kann, ja, zur Not. Das ist hier, denke ich, noch nie vorgekommen. Nach zwei Stunden sind alle Monteure wieder an Bord der Windforce 2. Fährkapitän ist der Traumjob für Stefan Mayer, vor allem die familienfreundliche Arbeitszeit. Bin ich natürlich auch regelmäßig bei meiner Frau und meinem Sohn. Wir fahren hier zwei Wochen, zwei Wochen, also zwei Wochen arbeiten, zwei Wochen frei. Und auf dem Containerschiff bin ich schon immer vier Monate unterwegs gewesen. Und das ist natürlich für die Familie viel, viel praktischer. Und ich persönlich finde es auch viel interessanter, abwechungsreicher und aufregender, auf so einem kleinen Schiff zu fahren, als auf einem 1000- oder 2000-Toy-Containerschiff. Die Wettervorhersage für die Deutsche Bucht bis heute Mitternacht, West bis Nordwest, Acht. Teils, vulkanartige Schauer, grünfeißen Gewitter, See bis sechs Meter. Am nächsten Morgen. Noch immer trotzen die Männer auf dem Lotsen-Stationsschiff Weser den Sturm. Macht nichts, haben wir trotzdem mit. Einmal am Tag bunkert das Beiboot Schiffsdiesel. Das große Mutterschiff ist hier draußen auch die Tankstelle. Anders kriegt der ja keinen Brennstoff, der wird ja jeden Tag gebunkert. Wenn der rausfährt, verbraucht der sieben Tonnen oder sowas. Damit die wartenden Schiffe ihre Häfen noch vor dem Orkan erreichen, versuchen die Männer der Weser, sie so schnell wie möglich mit Lotsen zu besetzen. Auch das kleine gelbe Versatzboot musste ran. Sein letzter Einsatz für heute. Die Orkanböen sind inzwischen zu gefährlich. Die Weser ist sowas wie ein Hotel, mitten in der Deutschen Bucht, mit Gymnastikraum und gemütlichen Einzelzimmern. Auch Volker Stibane ist jetzt wieder an Bord. Er hat ein Schiff aus Bremerhaven auf die Nordsee gebracht und kann sich hier vor seinem nächsten Einsatz ungestört ausruhen. Rund um die Uhr gibt's bei Bernd Meyer was Warmes. Er liebt das Leben an Bord. Ich war auch schon mal selbstständig und dies war eigentlich nur mal so für ein paar Reisen und dann sagen, ach mach mal nochmal und nochmal und nochmal und jetzt bin ich 16 Jahre hier. Das hat mir gut gefallen und eigentlich möchte ich auch gar nichts anderes mehr machen. Man hat sein geregeltes Leben. Man ist 14 Tage weg, man ist 14 Tage wieder hier. Und das hat es auch noch nicht gegeben, dass ich gesagt habe, ach scheiße, morgen müssen wir auslaufen. Das macht mir auch Spaß. Hier gibt's alles, was das Seemannsherz begehrt. Die Weser-Crew arbeitet in drei Schichten rund um die Uhr. Irgendjemand hat immer Hunger. Rund 100 Lotsen sind zu Hause in dauernder Rufbereitschaft. Wann sie los müssen, wissen sie vorher nicht. Ich war zu Hause, konnte aber nichts machen. Kann ja jeden Moment losgehen. Und dann fragt man mal nach, oh Hafen arbeitet nicht. Im Endeffekt war es denn heute Morgen um sechs oder um vier, wo ich angefrägt bin. Oh, dann geistert man so durch die Gegend da. So, macht da ein bisschen was von da. Die Frau ist am strecken, hoffentlich haut er bald ab. Ja, man ist natürlich ein bisschen unruhig denn. Weil es kann ja wirklich jeden Moment losgehen. Aber gewöhnt man sich auch dran. Der Steuermann auf der Brücke fährt nicht nur das Lotsen-Stationsschiff. Er besetzt auch die wartenden Schiffe mit Lotsen. Inzwischen hat der Wind noch mehr zugenommen. Die geben ständig Warnungen auf orkanartige Böen und Orkansturm. Also orkanartige Böen sind ab elf. Und der Orkan selber ist dann ab 63, 64 Knoten, also Windstärke zwölf. Also im Moment hatte ich eben geguckt im Internet, da sind rund 4 Meter See. Jetzt da, wo wir normalerweise auf der Außenposition sind. Das wird aber jetzt im Laufe der nächsten drei, vier Stunden mit Sicherheit dann noch um etliche Dezimeter höher werden, als es jetzt im Moment ist. Wir machen so lange wie es geht, machen wir das. Solange das für uns sicher ist und auch für den Lotsen. Der Kapitän und sein Steuermann gehen wegen des Sturms auf Nummer sicher und parken das Mutterschiff hinter einer Sandbank. Man fängt natürlich an, das Schiff erst mal selber zu schützen. Die Besatzung muss sich halt dementsprechend darauf vorbereiten, dass man halt Schlechtwetter hat. Man muss jetzt hier in unserem Job halt abwarten, was passiert mit der See? Wie sieht das nachher aus, wenn die Schiffe kommen? Kann ich die nachher noch besetzen? Oder ist das nachher zu gefährlich, das Boot nachher auszusetzen? Kriege ich das dann überhaupt wieder hoch? Das sind nachher so die Fragen, die wir uns dann hier stellen müssen. Und wie sicher ist das halt für meine Besatzung und für den Lotsen, der dann halt versetzt werden soll, ne? Was haben wir jetzt für eine Tide? 15 Uhr, oder wo? Der Hafen arbeitet ja quasi auch nur bis zu einer gewissen Windstärke. Ich rechne nachher, wenn man sich erst mal Orkan kommt, dass der Hafen auch dicht gemacht wird. Ein paar Stunden später. Eine Positionslampe auf dem Lotsen-Stationsschiff Weser ist ausgefallen, der Elektriker muss ran. Trotz Orkanböen – Leuchtmittelwechsel. Das sind wir geboren. Das kommt auf das mal vor. Grad bei schlechtem Wetter gehen die Leuchtmittel oben kaputt. Da bauen sich im Mast leichte Schwingungen auf und das fällt dann auf die Leuchtmittel hin. Schwimmweste und Sicherheitsgeschirr zum Anschnallen – ohne das geht keiner vor die Tür. Markus, immer sein. Bei Sturm arbeiten die Männer draußen mindestens zu zweit. Sicherheitsvorschrift der Berufsgenossenschaft. Matrose Markus Schüssler klettert zur Sicherung von Elektriker Arno Niehaus mit in den Mast. Die Männer sind schutzlos dem Wind ausgesetzt. Kurz bevor sie eine neue Front mit Starkregen und Hagel erwischt, wollen sie fertig werden. Wenig später. Hier ist die Birne getauscht. Hier ist die Birne getauscht. Wir fangen vorne an, stellen Sie den ganzen Schick nach vorne hin. Er beliefert mit seinem Kymo die Insel Helgoland. Doch heute hängt er hinter seinem Zeitplan in Cuxhaven fest. Ein Teil der Ladung wurde zu spät geliefert. Dabei sollte er längst auf dem Weg sein, bevor ihn der Sturm auf der Nordsee erwischt. Die können nach 21 Uhr kommen, die können nach 18 Uhr kommen. Helgoland ist von der Proviantlieferung abhängig. Ja schon, aber die werden ja so viel haben, dass sie einen Tag den Eierglock auch so fertig kriegen, ohne was wir jetzt da den Rum rüberbringen oder so. Ich schätz mal, für drei, vier, fünf Tage haben die auch in Reserve da, wenn nicht sogar noch mehr. Ausgerechnet heute ist Ehefrau Jutta dabei. Die beiden wollen auf Helgoland ein Jubiläum begehen. Vor 17 Jahren feierten sie dort ihre Silber-Hochzeit. Der Käpt'n will jetzt los. Seit fast 50 Jahren schippert er Europas Küste. Er fährt den Boden entlang, früher mit einem eigenen Kömo. Jetzt steuert er die MS Helgoland für eine Reederei. Zweimal in der Woche zur Insel und zurück. Jutta Braim mag keine hohen Wellen und schon gar keinen Sturm. Gehen 17 Uhr geht's endlich raus auf die Nordsee. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag hier, Helgoland in Kürzhausen-Vorhafen. Einmal nach Helgoland, sieben Personen und zwei Meter und 50 Tiefgang. Und hinterm grünen Zaun, das erste Stück. Gefahren. Danke, gute Wache. Rund fünf Stunden dauert eine Strecke. Bereits kurz nach der Hafenausfahrt gibt der Sturm einen ersten Vorgeschmack. Nee, das ist nicht mehr meine Sache. Da hab ich Probleme jetzt mit. Also früher hat mir das nichts ausgemacht. Aber je weniger man zuletzt konstant an Bord war, je mehr hat sich das eingeschlichen mit der Seekrankheit. Aber wenn du Schokolade isst, glaub ich, kannst du das auch nicht ab, wenn das mal so richtig kacheln. So war das doch früher, ne? Wenn richtig scheiß Wetter isst und wackelt, dann isst er mit Schokolade nicht das Gelbe von allen. Und du hattest das mit Schokolade und ich hatte das, wenn du mal gesagt hast, da muss mal eben einer in die Maschine oder dies, und das hat geschaukelt und der warme Dunst, dieses Ölige, bei uns in die Maschine. Oh, da muss man noch ... Eine halbe Stunde später fegt der Wind übers Meer. Noch vier Stunden bis Helgoland. Jutta zieht sich nach unten in die Kombüse zurück. Leichte Kost bei schwerer See für ihren Mann. Früher auf dem eigenen Kümo musste sie die ganze Crew bei solchem Wetter bekochen. Ich kann mich daran erinnern, dass alles gut geklappt hat. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ein Suppentopf durch die Küche geflogen ist. Und auch an die Zeiten, dass ich ... ... gependelt bin zwischen Herd und Bullauge und Tür und Messe und Flur und Sofa im Salon. Mit Schürze und bewaffnet Augenblick dann rausgeflitzt, hingelegt. Und dann wieder in die Küche und weitergemacht. Hat auch funktioniert. Hat alles nur ein bisschen länger gedauert. Mittlerweile hat die MS Helgoland Neuwerk und die Elbmündung passiert. Auf der Nordsee kachelt es mit acht Windstärken, in Böen zehn. Aber der alte Seebär weiß sich zu helfen. Heute Abend laufen wir hier in den Vorhafen und dann gehen wir zum Südhafen. Und gehen an die Westkar hier dann. Mit diesem Wind und diese Wasserstände kommen wir hier nicht zum Binnenhafen, weil wir hier den Wasser haben. Hier ist der Wasserstand nicht so. Hier liegt so ein verfluchter Felsen nicht hier unten. Auch für einen erfahrenen Kapitän wie Horst Brein nicht alltäglich. Und noch sind sie nicht da. Das wird noch mehr, ja. Das wird noch mehr. Jetzt nicht extrem, aber das wird noch mehr. Wie ich schon sagte, die scheiß Ströme, die da laufen. Da hast du denn doch recht was, nicht recht was mehr. Aber es wird unkontrollierter nachher, auch vor der Einfahrt da. Ein bisschen muss ja auch dabei sein, sonst bringt das ja auch nichts. Dann könnte man nachher einen Schreibtisch sitzen und Bleistifte anspitzen. Oder irgendwie was. Solche Berufe gibt's ja auch. Aber das wird nun gar nichts. Das kann's ganz vergessen werden. Nach fünf Stunden Schaukelei ist der sichere Südhafen Helgolands in Sicht. Wellen und Strömung machen das Anlegen heute zu einer echten Herausforderung. Die Matrosen Toto und Billy hatten während der Überfahrt Ruhepause. Jetzt wird jede Hand am Deck gebraucht. Toto! Zwei! Zwei, jo! Nicht ganz ohne mit Anlegen, aber die solle Verflugte reinkommen. Zwischen dem Molen und vor dem Molen. Das ist ja das, was ich schon sagte mit der scheiß Ströme hier. Da kommen die Seger von sämtlichen Seiten. Wir hatten gute zwei Meter da vorne vor. Ja, die liefen hier so ... Die liefen hier so ... Ja, die liefen hier real, wie wir's queren über die Lücken. Vielleicht haut er da ja richtig gegen. Und dann ist das schon ... Viel mehr hätte nicht sein dürfen, wollen wir's so sagen. Am Morgen will Jutta Brey mit ihrem Mann einen Abstecher ins Oberland machen. Noch einmal wie vor 17 Jahren. Irgendjemand will da waschen. Hier, ich hab noch. Das ist keiner. Ist Billy? Glaube ich. Was rechnest du denn? Wann können wir denn da sein? Angenommen, wir tobern los. Deine Uhr kaputt, da unter. Die Nordsee ist inzwischen noch kabeliger geworden. Der Käpt'n schmiedet Pläne für den Rückweg. Das Kümo nennt er liebevoll Schweinehund. Von vorne kannst du das besser handeln, als wenn du die See von Achtern hast. Wenn du die See von Achtern hast, dann macht der Schweinehund das, was er will. Den dreh dich immer hin und her. Wenn du ihn von vorne hast, kannst du ihn auf Kurs halten. Dann ist das Problem nicht so groß. Du musst genug Fahrt drauf haben, damit du ihn nicht auf die Mode rauftreibst. Aber wackeln wird schon, ne? Wackeln wird er schon. Ja, ein bisschen. Ein bisschen wackeln wird er schon. Vielleicht sollte Jutta Brey einfach zurückfliegen. Eine Stunde, da hast du jetzt noch Zeit. Du kannst ja noch wählen, was du willst. Ich muss auch nicht die Welt bereisen mit dem Flieger. Das ist nicht mein Ding, wenn der nach oben geht. Dann lass uns lieber mit den kleinen Blauen nach Hause fahren. Ich vertraue dir, dass wir ankommen. Die sind ja immer angekommen. Irgendwo komm ich immer hin. Obwohl du nicht immer ganz ehrlich bist, was die Windstärke ... Mit dem Blödsinn hat er uns nicht gezählt. Kommt ihr zwischen den Tagen noch mal wieder? Mani kommt. Ach so, ja. Ich komm jetzt in den Urlaub. Ich komm in den 8. Das ist immer gut. Aber wir probt ihr bloß ein Fenster gucken. Wir sagst schon, wie das ist. Was wünscht ihr hier? Ja, du. Gut. Wir haben ja hier auf. Dann wünsch ich was. Alles Gute. Tschüss. Nach zwei Stunden auf der Insel ist die Ladung gelöscht. Alle sind wieder an Bord. Leinen los, Kurs, Cuxhaven. Das Kymo ist nun leichter als auf der Hinfahrt und schlingert dadurch mehr im Wasser. Aber Käpt'n Brey ist in seinem Element, egal wie hoch die Wellen oder wie heftig der Sturm. Du bist hier immer noch dein eigener Herr, hätte ich bald gesagt, ob das eigene Schiff ist oder nicht. Ohne dem ... Man hat die Freiheit, trotzdem immer noch. Nee. Nee. Du hast das Wasser unter den Füßen. Das ist das Wichtigste bei dir. Nicht bloß unter den Füßen, das ist aber das Schiff. Das ist für dich das Wichtigste, das Wasser. Vom Wasser kann er nicht genug kriegen. Als Käpt'n bei der Arbeit und am liebsten auch bald als Passagier. So eine Norwegen-Tour, hätte ich gesagt, mit dem Postdamper, das wär's nochmal. Und dann werden wir irgendwie auch mal sehen, was wir das noch auf die Reihe kriegen. Also das Jahr. Die ganze Route da mal hoch und wieder runter. Das wär nochmal was. So ein Wunsch von uns, den hegen wir schon länger, ne? Irgendwie werden wir den wohl auch auf die Reihe kriegen. Das schon, das wär's. Ich hechte mal den Wunschtraum, um zu sagen, wollen wir nicht mal mit dem Wohnmobil. Oh, da hatte ich aber was gesagt. So eine Sardinen-Dose hat er zu mir gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn du das möchtest, nimm deine Gören, hat er gesagt, und den Hund. Nee, ein Seemann braucht Platz. Fünf Stunden später legt Käpt'n Brey seinen Schweinehund in Cuxhaven an. Er hat Feierabend. Rund um die Uhr geht es auf dem Lotsen-Stationsschiff weiter. Ein Lotse hat ein Containerschiff von Bremerhaven in die Deutsche Bucht gebracht und möchte nun abgeholt werden. Das Versatzboot ist die letzte Möglichkeit für den Lotsen, von Bord zu kommen. Gerrit Retzke von Stollentin und seine Kollegen geben Gas, sonst muss der Lotse bis England mitfahren. Plötzlich ein Problem. Eine Flosse zur Steuerung des Beiboots fällt aus. Gerrit Retzke von Stollentin braucht dringend ein kleines Ersatzteil. Wenn wir die Flosse nicht in Gang kriegen sollten, dann brauchen wir nicht rausfahren. Das hat gar keinen Sinn. Wir brauchen diese Flosse zum Stabilisieren. Ansonsten wäre das zu gefährlich. Ohne die Flosse wird das Beiboot nicht rechtzeitig bei dem Lotsen sein. Warten können sie nicht. Eine Verspätung bringt den Plan für die Lotsenversetzung durcheinander und kommt nicht in Frage. Lotz! Ja, wir kommen dann ran, Arno, gib was raus. Jetzt haben wir nur noch eine Seite zur Verfügung. Und bei dem Wind und Strom versetzt es uns ganz gewaltig. Wir müssen gucken, dass ich die Nase immer in den Wind halte, um nicht so dort zu verdriffen. Wir haben überall Tonnen hier rumliegen, die wichtig sind, aber auch ganz schön Nerven manchmal auch. Völlig immer länger werden und immer länger kommen. Tonnen sind Bojen, die die Wasserstraßen markieren. Ein kleiner Imbusschlüssel und Kontaktspray sollen das Problem der Flosse lösen. Ein Schiffsmechaniker versucht jetzt, die Flosse zu reparieren. Und? Flossen sind ein. Ja, tut sich nix, dann. Ich soll ihn festmachen, weil in zehn Minuten müssen wir los. Ja, dann setz ihn fest, weil in zehn Minuten müssen wir versetzen. Der Lotse auf dem Containerschiff kann nicht mehr abgeholt werden. Er muss nun bis England mitfahren und nach Hause fliegen. Auf dem Mutterschiff Weser gibt's heute Suppe. Da haben wir dann den Fong von gestern vom Fisch. Gestern gab's ja Fisch, den Skrei. Da haben wir den Fong von genommen und dann macht eine schöne Suppe. Man weiß ja nicht, was dann los zum Kotzen kommt. Wir müssen für 45 Leute eigentlich alles da haben. Wenn jetzt ein Braten da ist oder ein Rouladen. Ein mehr, ne? Geht doch. Dann bisschen Soße? Ja. Ruhiger Dicke von unten. Danke. Guten Appetit. Orkanböen. Lotsenversetzung nur noch per Helikopter. Nicht jedermanns Sache. Ich würd mich bei Windstärke 10 nicht mehr ausholen lassen. Aber ich hab auch kein Problem damit, ein bisschen mitzufahren. Oder manche lassen sich dann da noch ausholen und hängen dann zwischen Himmel und Hölle da rum. Also es ist schon nicht, manchmal ist es schon nicht schön, sagen wir ehrlich. Man knallt auch da gegen die Container manchmal beim Runterlassen. Ganz schlimm sind Kranschiffe, die so Schiffskräner haben. Dann guckt man immer schon, ist der Hubschrauber der Walke noch weg und so. Hat alles Vor- und Nachteile. Udo Kavaletz ist 60 Jahre alt und macht den Lotsenjob seit vielen Jahren. Er bewahrt beim Ausholen und Versetzen per Hubschrauber im Sturm die Ruhe. Nee, eigentlich nicht. Sonst hätte ich Hubmacher oder Gärtner werden müssen, wenn mir das was ausmachen würde. Hubschrauber fliegen oder nicht, das entscheidet die Leitstelle in Bremerhaven. Das weiß ich immer erst, wenn ich den Anruf kriege, dass ich mit dem Hubschrauber fliegen muss. Das weiß ich immer erst in dem Moment, wo das Telefon klingelt. Der 60-Jährige ist froh, dass es nicht in Strömen regnet. Das macht das Abseilen anstrengend. Man darf die Arme nicht höher machen als die Schultern. Dann kann man nicht rausrutschen, das ist physikalisch unmöglich. Wir müssen nur gleich Gas geben, sobald ich an Bord bin, weil das aufgrund seines Tiefgangs eine bestimmte Passierzeit Bremerhaven hat. Wir müssen nur gleich Gas geben, sobald ich an Bord bin, weil das aufgrund seines Tiefgangs eine bestimmte Passierzeit Bremerhaven hat. Wenn Udo bei so starkem Wind am Seil hängt, besteht die Gefahr des Abdriftens. Dann kann es passieren, dass er gegen Container oder Aufbauten auf dem Schiff geschleudert wird. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das ist mir erst ein oder zwei Mal passiert in 26 Jahren und deswegen mache ich mir da keine Gedanken drüber. Es ist schon ziemlich ruppig zum Teil. Man muss vorher darauf achten, dass der Wind eben nicht zu stark ist, dass der jetzt nicht irgendwo sich die Schlinge beim Ablassen schon verhängt oder der Lotse irgendwo gegen ein Hindernis kommt. Man kann während dem Windmanöver die Möglichkeiten beschränken. Man muss schon vorher genau abschätzen können, ob man das Manöver jetzt sicher durchführen kann oder nicht, bevor man da überhaupt einen Menschen dranhängt oder überhaupt das Seil ausfährt. In Bremerhaven kann wegen des Sturms niemand mehr arbeiten. Auch auf dem Lotsenstationsschiff ist es ruhig geworden. Im Moment ist relativ wenig zu tun, weil kein Schiffsverkehr ist. Sämtliche Fahrzeuge, die auf der Nordsee sind, die sind halt verspätet. Oder kommen teilweise gar nicht, weil die erst gar nicht ausgelaufen sind. Die liegen teilweise noch in verschiedenen Häfen und warten halt auch auf besseres Wetter. So, jetzt warte ich auf ein Schiff, aber irgendwie ist da ja im Kielkanal irgendwas los. Kommen nicht so viele Schiffe im Moment, aber heute Abend krieg ich schon eins. Zum Tatort bin ich zu Hause. Und falls das nicht klappt, gibt's auch Fernseher an Bord der Weser. Und ein warmes Abendessen gleich dazu. Copyright Untertitel NDR 2021